Das kriegen die auf jeden Fall nicht. So, die können hier kein Land mehr erobern, das ist gut. Die bauen hier echt noch einen Turm. Das ist auch bei denen. Gut, die sind ja auch durchgekommen hier langsam. Ja, das mache ich mit euch beiden. Das Ding wird auf jeden Fall fertig. Material haben sie hier noch. Ja, der Turm ist fertig. Die nächsten Soldaten, die da jetzt sich breit machen werden. Da haben sie gleich Vollbesetzung hier, ist klar. Sehr gut, haben wir den Turm schon mal eingenommen. Und wenn die beiden sterben, ist nicht so schlimm. Die haben wenigstens den großen Turm da eingenommen gehabt. Und Heldenmut bewiesen. So, die sind jetzt so dumm. Die sind jetzt einfach nur dumm. Die sind jetzt noch bei einem geblieben. Ach du Scheiße. Jetzt brauchen sie da nochmal einen großen Turm. Na klar. Kommt doch, kommt doch, kommt doch, kommt doch. Jetzt kommen sie an, oder? Oh Scheiße. Jetzt muss ich mich richtig fern. Jetzt holen sie die restlichen Soldaten wahrscheinlich ran hier. Ein paar bleiben da stehen. Ja, alle Respekt. Kommt hier ran. Aber sieht gut aus. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht ja fast alles nur auf Bogenschutz wieder. Und ich hab ja noch Bogenschutz. Ja, sehr gut. Vertreibt sie. Hier den Priester. Ja. Hier den Priester. Ja, sehr gut. So, jetzt hab ich nur noch Bogenschutz und die auf was auch immer noch. Na dann macht mal. Bogenschutz gegen Bogenschutz. Die werden aber gar nicht viel mehr Glück haben. Die lassen sich erstmal hier unten stehen. Scheiße ey. Das kann echt nicht sein. So, haut sie weg. Jetzt haben wir wenigstens noch ein bisschen mit an Verteidigung. Die haben jetzt so fast gar nichts mehr. Die haben ja voll fett dort verloren jetzt an den Soldaten. Ich zwar. Die haben ja auch. Aber. Die haben ja nur wirklich große Masse davon gehabt. So. 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 Den Ton kann ich jetzt nicht mehr ververhalten. Nein. Dann geht hier runter. So. Wenn ihr euch heilen lassen wollt. Halt. vorbei. Na kommt. Wir brauchen Soldaten hier. So. 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 Mit deinem Lerner. So. So. Das sind da noch ein paar Rehe irgendwo. Ne. Hier oben vielleicht. Dort. gut und nur Sphinx hier hin na gut muss ich wieder von vorne anfangen toll die Römer bauen sich da ein schön zu das ist kacke das ist richtig richtig kacke die bauen sich jetzt richtig zu da so erstmal gucken dass wir uns unsere Daten hier geheilt kriegen dass wir unsere Verzeihigung wieder aufbauen können was machst du denn da Dornstein zu tief ins Glas geguckt und setzt Mut angetrunken oder was du bist auch schon wieder fit du kommst da rein ihr seid beide auch fit und du musst auch du bist auch fit du bist auch fit hier ist er und der hier noch servus sind die alle erstmal wieder geheilt unsere Datenproduktion wird auch wieder ein paar ein paar was macht der Dornstein da ist Augenlazerett alles klar dass sie das jetzt nehmen hier das war so schnell eingenommen das Land wenn du jetzt muss ich wieder von vorne anfangen mit Land einnehmen Gold haben wir ordentlich was da auf jeden Fall ich könnte mal hier noch eine Goldschmelze hinbauen ich könnte mal hier noch eine Goldschmelze hinbauen hätte ich mal gleich machen sollen die ägypten Missionen sind richtig hardcore also hat schon ganz schön was an sich dass die so schwer sind so ihr sucht mal jetzt hier noch wir brauchen auf jeden Fall noch sehr sehr viel Soldaten und Träger brauchen wir langsam auch wieder und dann war hier dann wo muss hin und da noch oben raus hier noch da noch da noch da noch da noch wir haben hier noch Steine und Holz da ähm nochmal da hin sind ja wie das große Luftgutsteine da wir brauchen auch noch Steine da will ich da suchen wir nochmal nur Steine ich reiß das Ding gleich viel ab hier kann doch nicht sein kann doch nicht sein na wollt ihr angreifen Steinbruch bitte ok kommt ruhig ran kommt ruhig ran an meiner Verteidigung kommt ihr nicht vorbei so schnell ja klar war jetzt ein bisschen kacke gelaufen auf eine Art aber na gut was muss man machen die Soldaten die wir verloren haben die kriegen wir ganz schnell wieder rein ja Produktion läuft ja soweit wir liegen ja sogar noch ordentlich offen hier sehe ich es jetzt nicht so ganz aber ich denke da liegt auch ein bisschen was und Kohle produzieren wir ja noch und Eisen jetzt auch noch ordentlich jetzt mit Terminal aber die läuft auch nicht mehr so ok ich habe jetzt alle verloren alle Türme scheiße alle Türme die ich so mühevoll erobert habe hier die Bienen zumindest und das Land was hier oben so drüber ist das habe ich alles so schön eingenommen ich werde mir die ne noch nicht ist glaube ich doch noch ein bisschen zu früh so da noch eine Kohlenmine machen und hier haben wir am besten auch noch mal eine ach komm schon lasst doch mal den Unsinn so Brauerei bekommt Wasser Betreide gerade nicht einfach jetzt wird ja alles einfach runtergeliefert na gut dann ist es so da wird bestimmt auch gleich etwas hochgeliefert so ist es nicht da hier noch ein paar Soldaten da wollt ihr angreifen kommt doch traut euch wenn ihr wollt traut euch wenn ihr wollt ich sage euch später seid ihr ganz schnell am Arsch dann kriegt dann kriegt ihr euch richtig an den Eiern dann die Mine fördert nicht mehr die wird zeigt mir der der findet keine Steine mehr guck doch hier hast doch noch hier noch Steine guck guck ich einmal nicht hin guck ich einmal nicht hin die Camino fördert auch nichts mehr naja Eisenherz haben wir ja noch ein bisschen im Umkreis das ist sowieso nicht Goldschwilz ist dann auch fertig die Wohnhäuser brauchen wir mal ein bisschen dann wir können ja den Priester mal hier runter schicken dann gegner bannen gibt es ja da in Stärken Schützenstrafe naja Gegner bannen wir auf jeden Fall glaube ich ein bisschen blöde aber strafe würde gehen ich glaube dann würden sie zu landeinnehmern werden aber die haben kaum bogenschützen gerade die haben gerade nur schwertkämpfer fast wieviel bogenschützen haben wir denn 40 minus 3 auch nicht soviel so der brautnallort vor sich hin und dann nehme ich doch mit fast nicht ok dann müssen wir warten also jetzt macht er auch hier und dafür noch zwei steine die müssen wir gleich hochkommen denke ich mal was ist das hier noch? auch ein wohnhaus, ok hier wird auch noch planiert das wird noch ein bisschen dauern mit den wohnhäusern hauptsache die swings wird gleich fertig ey komm lass doch mal die kacke hier sein lass die soldaten doch da oben rumlungen das ist doch sowas von wurscht das sind allein schon wieder 100 soldaten hier komm hier komm gebe ich mir jetzt einfach mal greift sie an holt sie euch macht sie nieder sehr gut da die ja sowieso schon ein bisschen geschwächt waren da geht das schnell außerdem haben wir auch genug gold da geht das schnell